Hallo Inka-Sippe, Servus zurück zu Get the Trophy mit Assassin's Creed Brotherhood aus der Ezio Collection. Heute behandeln wir die Trophäe schwerer Pferdediebstahl, stellen sie Reitern 5 Pferde ohne vom Pferd abzusteigen. Ich nutze hierzu den DNA Modus, indem ich auf Attentate extra switche und dann das Attentat Leibeigene herausgesucht habe. Das ist die beste Trophäe, mit der ihr auch Pferdeklau betreiben könnt. Zuerst braucht ihr ein Pferd, aber das findet ihr nicht weit vom Anfangsort und von diesem Heuwagen aus. Steigt auf und sucht euch als nächstes eine Waffe, also visiert eine reitende Wache an. Ein bisschen nah ran am besten und dann könnt ihr mit Viereck die Wache auf dem Pferd killen. Und das solltet ihr dann auch fünfmal machen, ohne dazwischen abzusteigen. Am besten macht ihr die Trophäe auch hier in diesem Reitkreis, weil da die Wachen euch nicht so dringend auf langen Wegen und Strecken verfolgen kann und die Distanz sich hier nicht richtig aufbauen kann. Das geht hier richtig flüssig, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein wollt, dann drückt doch einfach unseren Abo-Button. Wir freuen uns auch über Likes und Kommis und wünschen euch viel Erfolg. Achja, lasst euch von den angezeigten Zielen hier nicht irritieren. Das war eine andere Aufgabe. Wir haben ja die Trophy gemacht.